Hi und herzlich willkommen zu Part 18 unserer Million-Dollar-Girl-Challenge mit der lieben Daisy. Also, ich habe im letzten Part irgendwie damit gerechnet, dass das ein Geld-Hustle-Part wird. Also eigentlich wollte ich richtig viel Geld sammeln, das stand auf meiner To-Do-Liste für den letzten Part. Und stattdessen hatten wir Liebe, was ja wichtig ist, weil die müssen ja näher kommen. Die haben immer noch nicht so eine hohe Freundschafts- und Beziehungsleiste. Aber aus irgendeinem Grund glaube ich, dass trotz der Pille und der Kondome ganz eventuell vielleicht was passiert sein könnte. Also, ich habe im letzten Part auch noch schön gesagt, dass wir ab 100.000 in der Theorie Kinder bekommen können. Und dass, wenn wir trotzdem pregnant werden, dass wir uns natürlich trotzdem freuen. Jetzt ist es ein bisschen kritisch, weil es könnte natürlich sein, es kann auch sein, dass das Fehlalarm ist und sie nur eine Blasenentzündung hat. Weil manchmal bekommen wir durch den Geschlechtsakt auch eine Geschlechtskrankheit oder Blasenentzündung oder sowas. Kann das auch sein? Wir werden jetzt gleich mal schauen. Ich habe die beiden nämlich nur ins Bett gelegt und, also Pipi machen lassen, ins Bett gelegt und gewartet. Wir schauen jetzt gleich zusammen. Also wäre das natürlich ein bisschen schwierig, wenn wir pregnant sind. Falls das der Fall ist, werde ich in diesen Part noch mehr reinhasseln, dass wir so schnell wie möglich auf die 100k kommen. Damit es nicht ganz so illegal ist. Ich meine, dann ist es halt so, Leute. Ihr wisst, wie ich meine Regeln handhabe. Dann ist es halt so. Aber ich versuche natürlich, mich in die Regeln zu halten. Deswegen wäre es ein bisschen schwierig. Okay? Vor allem, weil wir gerade erst das Apartment gebaut haben. Wir eigentlich kein Geld haben, noch ein Zimmer jetzt zu bauen, falls wir ein Kind. Oh mein Gott. Oder mehrere kriegen. Aber jetzt gehen wir erstmal davon aus, dass wir nicht... Okay, wir starten einfach rein in den Part. Ich wünsche uns allen ganz viel Spaß. Und let's go! Leute, das wäre schon ein bisschen wild, okay? Was sagt denn ihr Moodlet? Kreativer Nebel, musikalische Widmung, geteiltes Leid und einfallslos dekoriert. Ey! Hallo! Ich habe das gemacht! Du Böse! Oha! Das ist voll gemein. Ja, geht normal runter. Oh nein! Oh mein Gott. Aber jetzt geht es wieder. Ja, Blase geht normal. Aber Hunger geht ganz schön schnell. Aber Blase geht normal runter. Ich spule mal ein bisschen. Ja, okay! Oh, okay! Okay! Ah, okay! Oh nein! 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 Daisy? Can you go to the toilet? Wieso hängt denn eigentlich das alles hier viel zu weit oben? Ich gehe lieber in den Baum-Modus und hänge das Brett tiefer. Oh nie! Das darf doch nicht wahr sein, ey! Oh mein Gott, Leute! Vor allen Dingen, Thorny hat ja nicht mal sein anderes Kind im Griff. Oh, das war jetzt echt nicht geplant, ne? Also ich weiß natürlich, dass immer ein Risiko besteht, wenn die Sims täglichen mächteln. Aber eigentlich wollte ich nur deren Liebesleiste schnell hochkriegen. Das war nicht auf meiner To-Do-Liste gestanden. Da steht was anderes drauf. Unter anderem, dass wir vielleicht mit Thorne programmieren könnten, damit er mit Hacking Geld verdient. Aber das jetzt vielleicht eher nebensächlich. Hallo, Baumodus! Ach, jetzt weiß ich, was ihr meint mit dem Klopapier. Ach so, ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Gut, habe ich weggemacht, das zweite Klopapier. Äh, Girl, du musst jetzt leider mal ins Bad gehen, ne? Ich weiß überhaupt nicht, ob sie aktuell Kinder wollen würde. Ist neutral, aha. Ich bin jetzt nicht so neutral, wenn wir gegen die Regeln verstoßen. Vielleicht ist es nur ne Blasenentzündung, Leute. Oh! Da kam jetzt gar nicht diese Musik. Ist das jetzt gut oder schlecht? Thorny? Thorny, wachst du bitte auf? Wir müssen reden. Ähm, was gibt's zu bereden? Du siehst ernst aus. Ja, ich glaube, es ist ernst. Was denn? Ähm, also, naja, ich... Äh, ich war... Also, wir hatten ja, du weißt noch, unser Dinner, als wir aus waren. Ja? Was ist denn los, Daisy? Jetzt rück doch einfach raus mit der Sprache. Das ist ja blöd, wenn du so... Die Sonnenbrille kannst du dir sparen, Mister? Das ist doch blöd, wenn du so vor dich hinstammelst. Was ist denn jetzt? Thorne! Ja, jetzt red einfach, du machst mir Sorgen. Ja, ich war doch... Also, wir hatten doch... Du erinnerst dich, wir waren doch da ein bisschen aktiver. Aber wir hatten Sex im Schrank. Ja, ja, genau. Und? War gut, oder? Ja, aber, Thorny, ich glaube, dass das irgendwie Folgen hatte. Was denn für Folgen? Naja, sieh mal, also... Ich nehm ja die Pille und du nimmst ja Kondome. Jaja, wir verhüten doppelt. Genau, das ist super praktisch. Und es kann natürlich sein, dass ich das ein oder andere Mal... Die Pille, naja, ich nehm sie regelmäßig, aber manchmal zu unterschiedlichen Zeiten. Und es gab dieses eine Mal, du erinnerst dich, als es mir so schlecht war. Und da waren mir auch Tage davor schon ein bisschen übel. Und es kann sein, dass ich sie vielleicht rausgebrochen hab. Ich weiß nicht, wie lange nach der Einnahme mir dann schlecht war. Aber es kann natürlich sein, dass da eventuell auch was schief geht. Ich mein, ähm, es ist ja schwierig, weil es kann sein, dass irgendwas passiert oder halt auch nicht. Oh nein, hab ich jetzt über die falsche Variante ihm das gesagt. Oh no, mach's nochmal so. Und es kann halt sein, Thorny, dass, naja, ich, ähm, irgendwie, irgendwie, also... Es könnte passiert sein, dass, naja, ich vielleicht einen positiven Test hab. Was ist das für ein Test? Thorny, das ist ein Schwangerschaftstest. Soll das zeigen, dass du schwanger bist? Ja, Thorny, das haben Schwangerschaftstests so an sich. Aber, das kann nicht sein, oder? Freut er sich? Oh mein Gott, er wäre glücklich, sogar. Daisy, das ist ja, äh, ich mein, wir sind noch nicht lang zusammen und so. Und wir stehen noch am Anfang unserer Beziehung und diese Dinge. Aber, wow, das ist ja, äh, irgendwie cool. Ja? Ja, irgendwie ist das natürlich cool. Wow, ich, Babe, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Uff, das ist ja grandios. Dann, ähm, ja, wuppen wir das, oder? Ja, ich denke mal, also, wahrscheinlich schon. Das ist ja crazy, wir müssen zum Arzt. Vielleicht warten wir noch ein paar Tage. Ähm, ich glaub nicht, dass ich sofort einen Termin bekomme, wenn es so früh ist. Aber Thorny, ich sag dir ehrlich, ich hab momentan eigentlich gar keine Zeit für ein Kind. Wie meinst du das? Ich muss zum Beispiel in drei Stunden arbeiten, mir ist die Arbeit wichtig und wir brauchen viel mehr Geld. Wir können uns ja kaum die Miete leisten. Ja, aber, naja, du, wir könnten mehr Bilder malen. Also du und ich arbeite härter. Ich werd mir noch einen Nebenjob annehmen. Ja, würdest du das tun? Ich will, also ich hab Angst, dass meine Eltern den Klagebrief schicken. Und dann bin ich, werd ich verklagt und diese Dinge. Und ich muss wirklich aufpassen, ähm, dass da nichts passiert und... Ja, natürlich, ich bin doch für dich da, Babe. Wir schaffen das schon. Ich werd direkt gucken, ob ich noch einen Job annehmen kann. Oh Gott, er ist halt so angespannt, Leute. Hat einfach einen Burnout. Vielleicht nicht, dass ich einen Tag... Aber wir können das eigentlich keinen Urlaub leisten. Oh mein Gott. Er soll sich einen Gelegenheitsjob annehmen, was soll ich denn tun? Oh nein, Leute, das ist echt nicht so geil. Weil eigentlich wollte ich nicht cheaten, indem ich die Regeln jetzt missachte, ne? Das ist jetzt schon ein bisschen schwierig. Geh mal irgendwas machen. Kokos... Oh mein Gott, ich hab jetzt keine Kokosnuss. Okay, Eindrücke hat sie genug gesammelt. Dann soll sie mal ein Bild malen. Oh, war ja kreativer Nebel. Okay, die kommen alle zum Bildermalen. Das sind wenigstens viele Menschen, das ist gut. Danach soll Daisy mal pieseln gehen. Oh man, Leute, wie schnell ist das denn jetzt passiert? Wir haben doch nur zwei Mal. Oh mein Gott, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das das Mal war, als wir noch in... Bevor wir in die Bar sind. Oder ob das das Mal in der Bar war. Das wüsste ich jetzt gar nicht. Wann das passiert sein könnte. Vielleicht das letzte Mal, ne? Weil dann ging es ja wirklich schnell runter auf einmal. Oh mein Gott, ey. Okay, ja, das Bild ist leider nicht sehr viel wert, ne? Jetzt muss sie zur Arbeit gehen. Thorni, kannst du dich um die Bilder kümmern, bitte? Steck die mal alle ein, dass die weitermalen. Ja, super, macht ihr das. Äh, meine Frau hat gesagt, ich soll ein bisschen mitgucken. Oh, das ist schön. Ja, das packe ich auch mal ein. Super. Ähm, das macht ihr echt klasse, Leute. Also, malt ruhig schön weiter, ähm, und wenn ihr da irgendwie Feedback... Was machten sie denn jetzt hier? Raus hier. Okay, das nehmen wir auch. Also, Angelo hat es noch nicht so drauf mit Bildermalen, leider. Muss ich euch ehrlich sagen, ne? Der Angelo muss echt noch üben. Guck mal, 8500 haben wir jetzt. Daisy, du musst leider echt fleißig arbeiten. Tut mir leid, Girl. Aber vielleicht schaffen wir eine Beförderung, wenn du dich jetzt bemühst. Krass, dass sie schwanger ist, ey. Jetzt muss ich meinen Plan umwerfen, weil ich nehme ja ein paar Parts jetzt im Anschluss auf, weil ich, äh, vorproduziere jetzt, aber ich hatte jetzt, ich hatte voll die Pläne für die nächsten Parts, ich muss sie jetzt alle umwerfen. Das passt jetzt alles gar nicht mehr. Ähm, alles geben, um eine neue Freundschaft zu schließen. Leistungsversaugen, ja! Also, ich muss jetzt einiges an Pläne umschmeißen. Gut. Okay, das ist natürlich ein sehr gutes Bild. Das ist auch ein sehr gutes Bild. Oh, er malt weiter, okay. Tun Sie dies. Ja, jetzt malen sie schöne Bilder. Jetzt läuft's langsam. Oh, das sieht ja auch irgendwie cool aus, ne? Angelo, sieht ganz cool aus. Verkaufen. Ist halt auch cool, dass die weitermachen, obwohl wir arbeiten sind, ne? Okay, Thornys auch arbeiten, er muss leider auch fleißig arbeiten. Ich weiß, dass es ihm nicht gut tut und ich weiß auch, dass es ihr nicht gut tut, aber wir müssen, Leute. Daisy ist ausgebrannt. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Totaler Misserfolg, ja, okay, ciao. Schmeichel dich mal beim Boss ein, vielleicht gibt es auch eine Beförderung, ohne dass du so Burnout-mäßig unterwegs bist. Ja, dann gehen wir auch zum Arzt, ne? Ich meine, wir müssen ja wissen, was abgeht. Oh, Thorne hat, ähm, oh, wir haben mal was Neues von Thorne. Thorne hat das beste Katzenstreu-Jingle aller Zeiten geschrieben. Oh, diese Karriere finde ich so komisch. Doch als er es bei seinem Kunden anpreist, bittet ihn der Verantwortliche für Ist nicht, anlässlich jüngster Marktforschung das Wort Pipi, mit einzuarbeiten. Soll er die Erinnerung vornehmen oder seine Kunst verteidigen? Ja, wir nehmen das mit, wir brauchen Geld. Die Jingle ist nicht mehr so gut, aber der Verantwortliche ist zufrieden. Zufriedene Kunden bedeuten mehr Arbeit für Thorne. Und das ist doch das Wichtigste als kreative Erfüllung. Ja, sorry, Thorny, aber Prioritäten. Okay, Daisy ist wieder da. Oh, der Maus geht es echt nicht so gut, ey, in der Schwangerschaft. Wir müssen jetzt gleich mal gucken. Aber sie wird wahrscheinlich dann am nächsten Arbeitstag befördert. Leute, ihr habt super Arbeit geleistet. Danke euch. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, ja? Macht's gut, ihr Lieben. Auf Wiedersehen. Ja, die dürfen jetzt noch fertig malen, ne? 1.300. Und dieses Bild. Oh, jetzt ist hier wirklich übel, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Äh, okay, wir gehen... Oh, ich hoffe nur, dass es keine Mehrlinge werden, ne? Ich habe da ja aktuell wirklich ein Händchen für. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt direkt zum Arzt, oder? Wenn Thorny von der Arbeit kommt, der soll mitgehen. Oh Mann, Daisy hat nicht mal eine Freundin. Ich wollte gerade sagen, dann könnten wir irgendwie eine Gender-Reveal machen oder irgendwas. Und wir haben ja keine einzige Freundin. Das ist so traurig. Daisy, möchtest du vielleicht mal zu einem Töpferkurs gehen oder sowas? Freunde besuchen. Hast du Freunde? Nee, nur Marc. Okay. Kannst du Freizeitangebot zu einer Kunstausstellung gehen? Nimm doch mit. Ich guck mal, wer sieht denn... Oh, die hassen sie alle, schade. Wer sieht denn sympathisch aus? Die sehen jetzt alle nicht ganz so sympathisch aus, ne? Und mit den meisten versteht sie sich nicht. Nalani wäre vielleicht nett. Holly! Oh mein Gott, Leute, mit Holly. Ja, wir hatten auch Schwierigkeiten mit Holly, aber vielleicht ist sie echt eine Freundin. Daisy geht jetzt runter zum Platz und geht bei so einer Ausstellung vorbei. Und da wird sie jetzt mit ihm reden. Äh, mit Holly reden. Und ich hoffe, dass die sich jetzt irgendwie anfreunden, dadurch, dass sie da zusammen hingehen, ne? Das wäre schon schön. Das wird jetzt so ungefähr wie folgt stattfinden. Ich spule mal und die beiden reden jetzt. Holly, du bist ja auch hier. Hi. Was machst du denn hier? Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Hey, Daisy. Ja, keine Ahnung. Ich bin hier unterwegs und ja, du hast recht. Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht's dir, Daisy? Ich hab gehört, da gab's ein paar Gerüchte. Bist du jetzt mit Thorne zusammen? Mit Octavias Thorne? Ja, das war eine lange Geschichte. Ähm, ich hoffe, das beeinflusst nicht unsere Beziehung. Nö, ich mein, Octavia und du, pfff, ihr macht einfach, was ihr wollt. Also, keine Ahnung. Nö, ich hab damit nichts zu tun. Mir ist es egal, was ihr macht. Solange ich mich da nicht einmischen muss. Ja, ich bin mit Thorne echt glücklich. Und, naja, es ist wirklich nett mit ihm. Und ich will mich da auch nicht so unter Druck setzen lassen. Verstehst du? Ja, ihr macht euer Ding. Ich mach mein Ding. Alles gut. Okay, ja. Willst du jetzt malen? Nee, ansehen. Okay. Oh, Thorne macht doch meditieren, ey, oder sowas. Entschuldigung? Was macht diese Person an meinem Tresor? Ist es hier ein Einbruch? Ja. Bam. Ja. Ha. Was ist denn hier los? Wolltest du mein Geld stehlen? Raus mit dir. Steh sofort auf und raus mit dir. Sorry, ich bin so ein Riesenfan. Und ich wollte eigentlich nur ein bisschen Geld. Und ich dachte, du bist zu reich. Du kannst mir was geben. Raus mit dir. Aber schnell. Ja, okay. Entschuldigung, ich bin schon weg. Leute. Die versucht, unseren Tresor zu knacken. Ich glaube, ich spinne einmal. Sag einmal. Sag einmal. Sag einmal. Dabei wollte Thorny gerade ein bisschen meditieren. So, 23.23 Uhr. Perfektes Timing, zum Arzt zu gehen. Ja, ich mache jetzt mit Holly die Freundschaft mal auf 20%. Wir haben ja gerade mit ihr, äh, ne? Wir waren mit ihr beim Kurs, beim Zeichenkurs gewesen. Ist doch schön gewesen mit der Holly. Ich fand es richtig ein schönes Treffen mit dem Girl. Äh, wir rufen jetzt den Geburtshelfer an. Ja, wo war er, ey? Aber ich glaube, dass ich die Schwangerschaft ein bisschen rauszöger, weil mir das jetzt gerade ganz schön schnell geht. Ey, ich habe es ja gar nicht richtig geblickt, dass wir schwanger sind. Oh mein Gott. Wisst ihr, was wir machen? Wir werden, sobald wir jetzt gleich wissen, was abgeht, wie viele Kinder, welches Geschlecht wir bekommen, werde ich die Schwangerschaft pausieren und dann das ein bisschen rauszögern, noch bis wir die 100k haben. Das finde ich fein, weil dann sind wir regelkonform, weil wir dürfen ab 100k ein Kind bekommen. Und das ist jetzt nicht mehr lange hin. Wir husteln ja gerade richtig rein, dass wir Geld bekommen. Deswegen ist das auch völlig legitim. Also es dauert jetzt keine zehn Parts mehr. Und dann könnt ihr mir Namensvorschläge in die Kommentare machen, weil, habe ja gerade gesagt, ich nehme ein paar im Voraus auf und ich kann das Kind natürlich auch nicht auf die Welt bringen, wenn ich keine Namensvorschläge von euch habe. Wichtig. Oder die Kinder. Läs hier wie Luke. Okay, Thorny, dann ab zum Arzt, oder? Jupp. Puh, ich bin ganz schön aufgeregt, ey. Ich bin auch voll aufgeregt, aber wir schaffen das schon. Ähm, ich, äh... Oh, ich kenne die Klinik gar nicht. Oh, wir brauchen die Childbirth-Klinik, Leute. Das ist die Klinik. Ja, ich muss kurz die Klinik platzieren. Äh, Sekunde. So, ich habe jetzt mal die Klinik aus meiner Galerie platziert. Wir werden jetzt erstmal die Ultraschallpräferenz klären. Und zwar möchte ich erstmal nicht wissen, welches Geschlecht es ist, weil das wollen wir dann zusammen rausfinden. Ich werde euch da aber keine zwei Parts hinhalten. Das werden wir jetzt direkt heute noch erfahren. Da kam das jetzt alles viel zu unerwartet. Also, ich hätte gedacht, wir planen das ein bisschen, aber vergiss es, ey. Nee. Okay, geht los. So, dann, ähm, mache ich mal ihr T-Shirt nach oben und dann sehen wir mal nach, was es, äh, naja, was, was es wird. Ja, ich bin sehr aufgeregt und ich weiß noch nicht genau, wie ready ich bin. Also, es ist auch gerade erst passiert. Ja, ja, ich sehe, dass sie noch sehr früh sind, aber da ist, ähm, eindeutig eine Schwangerschaft. Das kann ich sehen. Also, ähm, jetzt schauen wir nur mal, äh, wo genau sich das Baby befindet. Bitte nur eins, bitte nur eins, Leute. Bitte nur eins, bitte nur eins. Ähm, das sieht ja alles. Oh, ich cheate mal ein bisschen hoch, weil sie ist ziemlich am Eimer gerade. Oh mein Gott, da steht's was. Herzlichen Glückwunsch, sie sind schwanger, aber sie sind auf der Unterricht. Oh mein Gott, nur eins. Gott sei Dank. Ey, das ist jetzt aber auch Glück. Ich hab wirklich, jetzt kann ich mich ein bisschen freuen, weil ich war die ganze Zeit jetzt angespannt und hatte Angst, dass wir mehr als eins kriegen, weil ich in so vielen Let's Plays gerade mehr Länge hab und ich schon wieder am Zweifeln bin, ob das nicht irgendwo verbuggt ist oder ob ich irgendwo was falsch eingestellt hab. Aber Gott sei Dank eins. Okay. Wow. Okay, freu ich mich jetzt vielleicht doch ein bisschen. Ich sorg's ja schon ein bisschen. Okay. Aber wir machen langsam, haben wir gesagt. Ich will nicht, ähm, ja. Ja, wir machen langsam. Wenn wir die Ultraschallfotos haben, gehen wir nach Hause und machen einen. Wir kaufen einfach einen Kuchen. Können Sie das Geschlecht auf dem Umschlag, in den Umschlag packen? Wollen Sie eine große General-Real-Party machen mit all Ihren Freunden? Ich weiß ja, ähm, Thorne ist ja sehr bekannt in der Musikbranche. Ich hab schon viel von Ihnen gehört, Thorne. Äh, okay, danke, ja. Nee, wir wollten's eher für uns. Oh, Moment. Äh, was denn? Sind Sie? Oh! Oh, oh, Sie sind... Oh, oh, ich dachte, Sie wären Thorne als Frau. Äh, ich hab mich schon mit dem Nachnamen gewundert. Äh, ach so, Sie sind gar nicht Octavia. Nein, auf meiner Akte steht ja mein Name. Da steht Daisy. Ah, ja, stimmt. Ha, mein Fehler. Entschuldigung. Ähm, ich dachte, Sie wären seine Ehefrau. Naja, also, das ändert ja natürlich gar nichts. Das ändert nichts. Sie sind ja freie Menschen. Das ändert überhaupt nichts. Bitte reden Sie nicht mit der Presse. Nein, 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 ärztliche Schweigepflicht. Absolute Schweigepflicht. Nee, da sag ich gar nichts. Nee, nee, nee. Gut, Daisy, ähm, und Thorne dann. Gut, wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Schwangerschaft. Und dann werden Sie wohl eine kleine Gender-Real-Party machen. Nur für uns zwei, genau. Ich würde gerne bei der Bäckerei einen Kuchen kaufen und das Geschlecht rausfinden. Vielleicht lade ich noch eine Freundin ein. Yep. Okay, cool. Ja, alles klar. Also, äh, dann viel Erfolg Ihnen. Hm, jetzt ab nach Hause, jetzt zwei. Ist natürlich auch mal sehr, sehr spannend, finde ich. Weil ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal bei Sims eine Simin gespielt habe oder einen Sim gespielt habe, die betrogen haben, aktiv, ne? Und Daisy ist ja jetzt praktisch die zweite Frau im Leben von Thorne, während Thorne seine Frau mit ihr betrogen hat, laut Öffentlichkeit, ne? Das ist schon, glaube ich, nicht so einfach für Daisy. Die arme Maus, die hat's nicht leicht. Aber sie wird natürlich ihr Happy End bekommen, ist ja ganz klar. Ab nach Hause, Girl. Okay, Daisy, geh schnell pieseln. Und dann schlafen, hm? Lesen Sie dem Baby vor. Gehst du bitte? Hm, warte mal, Daisy, bevor du schlafen gehst, können wir was in den Safe packen, bitte? Hast du noch irgendwas zu verkaufen? Wir legen mal 15k rein. Boah, dann haben wir 40.000 im Safe. Okay. Ja, Daisy, komm, geh schlafen. Lesen Sie dem Baby vor. Come on. Hey, Thorny, wollen wir uns noch ein bisschen hinlegen und dem Baby was vorlesen? Äh, ja, das hab ich bei Orange auch immer gemacht. Können wir bitte nicht über Octavia reden? Ich hab was zu Orange gesagt, nicht zu Octavia. Ja, aber jetzt muss ich mir vorstellen, wie du mit deiner Ex im Bett lagst und... Nee, sorry, Babe, du hast total recht, das war blöd. Aber, oh mein Gott, sie hat das mit dem Buch gefixt, das war immer verkehrt rum bei mir. Bei euch auch, jetzt geht's. Oh, Leute. Hirnblockade, och man, du hast gerade ein Kinderbuch gelesen, Junge. Hirnblockade vom Kinderbuch lesen, wilde Nummer. Äh, der Tresor steht offen. Ich mein ja nur, nur für den Fall, dass da jemand was klauen will. Daisy muss das Künstlerkollektiv einladen eigentlich. Wisst ihr, was ich mir vorstellen könnte? Dass Daisy denkt, dass diese Leute auch ihre Freunde wären. Das klingt jetzt natürlich total traurig, aber... Ich mein, die verbringen viel Zeit mit ihr, ne? Sie malen mit ihr Bilder und so. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Daisy irgendwie denkt, dass das auch Freunde von ihr sind. Oder? Kann ich mir irgendwie gut vorstellen bei ihr. Dass sie da einfach eine etwas andere Wahrnehmung hat und sich das alles ein bisschen anders vorstellt. Leute, wie gut, dass ihr da seid. Ich muss euch was erzählen. Also, total aufregend. Ähm, ich weiß, es kommt jetzt total überraschend, aber... Ich bin schwanger. Und alle so, oh, okay, cool. Ja, schön für dich. Oh, nice. Ja, gut. Und sie denkt sich nur so, ja, okay. Ja, gut. Okay. Und wir machen eine Gender-Reveal. Ich hab einen Kuchen besorgt. Ja. Begeisterung ist auch groß in der Runde, ne? Ich platziere mal den Kuchen. Ja, mit Daisy. Aber, wisst ihr, was ich mir auch vorstellen könnte? Dass wir beim zweiten Kind oder gegen Ende der Challenge, dass sie wirklich, dass unser Ziel vielleicht auch ist, dass sie ein, zwei, drei richtig gute Freunde hat, die es ehrlich mit ihr meinen. Und, ähm, dass sie, dass sie halt auch sehr, sehr glücklich ist. Das möchte ich ihr wirklich, das möchte ich für sie. Jetzt für den Moment ist es halt einfach noch schwierig, weil, naja, sie kommt ja aus einer schwierigen Familie. Und ich glaube, dass das Leben als Jet Set Girl, ne, das wie ein Sternchen vom Himmel gefallen ist, auch einfach schwierig ist. Oh, way. Die Childbirth-Mod hat da auch ein Update. Oh, da müssen wir dann auf jeden Fall nochmal schauen. Ich hole ja jetzt mal so einen Yoga-Ball, weil der Thorny gesagt hat, Yoga in der Schwangerschaft, Yoga-Bälle, also diese, diese Bälle in der Schwangerschaft sind gut. Gut, äh, dann holen wir auf jeden Fall, wo holt man denn den Kuchen nochmal? Auch bei dem Ballon-Ding? Oh, weia. Okay, Leute, wir machen's, okay. Ich bin ein bisschen neugierig jetzt. Okay, okay. Ah, du kannst den Eindruck erstmal bewerten. Boah, eigentlich müsste ich hier einen Urlaubstag geben, ne? Daisy, halt, stopp, meine Maus, du brauchst noch ein tolles Kleid dafür. Leute, sorry, wir müssen auch noch ein Kleid raussuchen und dann können wir erfahren, was es wird. Aber erst brauchen wir noch ein Kleidchen neues. Äh, okay, äh, ist das jetzt ein Abendkleid? Party, glaube ich, ist es, ne? Oh, das ist natürlich sehr schön, das, was du anhast, aber wir brauchen da was anderes, Mausi. Ja, das sieht natürlich toll aus. Und sie kann's auch definitiv tragen, aber ich weiß nicht, ob's mir zu viel glänzt. Das ist schon sehr glänzend. Ich bin kein Fan von Dregalos. Es ist nicht leicht. Es ist einfach nicht leicht, okay? Hilfe! Ja, ich geb ihr wieder einen Fliederton. Das heißt aber nicht, dass sie davon ausgeht, dass es ein Mädchen wird, okay? Das ist, oder? Aber versteht man ja schon, ne? Das ist ja schon neutral. Ist das auch neutral? Oh. Ich meine, es ist Flieder. Flieder ist schon sehr neutral. So. Gut. Hab hat es geklärt. Okay, girl. Bist du ready? Ähm, holen sie sich Materialien. Okay. Muss bald zur Arbeit. Mach bitte schnell jetzt. Wir wollen den Kuchen. Dankeschön. Oh, hat jemand Meisterwerk gemalt? Super. Aber wir müssen den Kuchen jetzt, ne, checken. Jetzt hab ich leider keine Theke hier. Ah, wir haben ja den Esstisch hier draußen. Perfekt. Ah, wir haben ja, das ist eh auf dem Ständer. Gut, 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 bla, bla. Haben wir das alles geklärt? Leute, seid ihr ready? Ich bin's nicht, ne? Okay, Kuchen zusammen anschneiden. Okay, Thorny, dann lass uns mal schauen. Leute, seid ihr bereit? Ihr könnt mitgucken. Genau. Wir schauen mal, was es wird. Holly musste leider arbeiten. Die konnte nicht dabei sein. Und da hätten wir den Küsse ausgetauscht. Okay, dann lass uns schauen, Thorne. Zusammen. Oh Gott, oh Gott. Weg da. Und? Ein Boy oder ein Girl? Oh, es ist ein Babygirl. Oh, ja. Also, nein. Also, ja. Ich hab's mir vielleicht gewünscht, bisschen. Ja, hallo. Wenn wir schon ein Kind kriegen, obwohl ich gar nicht will, immer will ich wenigstens ein Mädchen. Wow, es ist ein Babygirl. Ist es cute oder ist es cute, Leute? Bitte, Fotos, noch mehr. Wir müssen ganz viele Bilder machen. Süß. Oh, ich freu mich so für die zwei. Das ist schon sehr schön. Es ist natürlich wild, dennoch, ne? Aber es ist sehr schön. Oh, Mann. Wie toll. Oh, da freuen sie sich. Weiß ich jetzt nicht, ob die anderen sich auch freuen, ne? Nimm die Bilder ruhig mit, Girl. Was passiert eigentlich mit den ganzen Bildern? Ich heb die auf und werd dann schauen, ob man die irgendwann benutzen kann. Das ist ja Schulmaterial. Das ist alles mein Eigentum, ne? Aber das ist doch unser Geistig. Nein, nein, das ist in der Kunst ein bisschen anders. So, ähm, also ihr müsst jetzt mal langsam los, Leute, weil ich hab jetzt noch, ich muss gleich arbeiten. Geistiges Eigentum, was labert der überhaupt, ey? Spinnt der ein bisschen? Eindrücke sammeln, nicht begonnen. Oh, no. Du kannst noch den Eindruck bewerten. Weißt du, aber alle wollen ein Stück Kuchen essen. Über Burnout beschweren. Ja, beschwere dich mal. Wow, ja, wir kommen doch zur Arbeit. Kein Problem. Oh, krass, Leute. Also damit habe ich absolut nicht gerechnet. Wir kommen meinem Plan gerade auch nicht ganz so nah, weil wir so viel machen müssen. Ich wollte ja, oh mein Gott, sie muss ganz dringend pieseln gehen. Äh, ich wollte ja eigentlich, ich werd jetzt erstmal die Schwangerschaft pausieren. Ja, genau, geh mal pieseln und deine Schwangerschaft pausier ich jetzt. Was ich sagen wollte, ich wollte ja eigentlich Geld schöffeln. Das war so mein Anreiz für die nächsten Parts. Und ich hab mir wieder coole Sachen aufgeschrieben, wie wir an Geld kommen können. Ich hab mir für jeden Part eine Geldquelle rausgesucht. Zwar keine andere immer. Ich wollte nochmal Müll sammeln beispielsweise auch. Aber, ja, Schwangerschaft pausieren. Krass, wir sind einfach mit dem Babygirl schwanger. Wie schön. Aber das macht doch Sinn, dass wir jetzt erstmal ein bisschen pausieren, dass sie die Schwangerschaft auch genießen kann. Sie genießt die ja so sehr, nämlich. Oh, sie freut sich voll, dass es ein Mädchen wird. Freust du dich auch? Geh in Blockade. Gut. Er freut sich auch, dass es ein Mädchen ist. Ich glaub, da gibt's gar keinen. Ich freu mich nicht, oder? Ihr dürft mir super gerne Namensvorschläge für kleine Babygirls in die Kommentare schreiben. Wir haben ja aktuell eine Daisy und einen Thorne. Thorne ist ein Star. Ah, Daisy ist krass. Ihr könnt gerne Namensvorschläge in die Kommentare schreiben, die eben auch was mit Geld zu tun haben. Irgendwelche Ritkits-Namen passen hier natürlich auch wieder super rein. Ich mein, wir spielen eine Million-Dollar-Girl-Challenge. Ich bin so gespannt auf eure Namensvorschläge. Gerne auch einen langen Namen mal wieder. Wir haben jetzt lange keine langen Namen mehr gehabt. Sowas wie Katharina oder solche Namensvorschläge eben. Bin ich sehr gespannt. Valentina zum Beispiel, auch ein schöner Name. Bin auf eure Kommentare gespannt. Ich werde den nächsten und sogar den übernächsten Part jetzt noch im Anschluss aufnehmen. Aber eure Kommentare werde ich definitiv lesen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich werde die dann natürlich auch sofort berücksichtigen, sobald ich wieder on track bin mit nach dem Urlaub und aufnehmen und so. Vielen Dank für alle, die diesen Part heute hier geschaut haben. Ich bin so auf eure Meinung gespannt zu dem Thema Baby. Und ob ihr genauso überrascht wart wie ich. Oder ob ihr wieder so wart, Ah, Sandri war doch klar wieder, ne? Und so weiter. Weil ihr wisst ja immer vor mir, dass ich schon wieder Kinder kriege, ne? Macht's gut, meine Lieben. Auf Wiedersehen und Tschüssli. Bye.